Hey Leute, Willkommen zu einer Runde Operation Flashpoint Dragon Rising auf Grapefruit Channel. Ich habe mir das Spiel vor 1-2 Monaten gekauft, weil es im Angebot war und jetzt spiele ich das mal. Ich habe es davor noch nicht gespielt. Es kann sein, ich fake gleich mal übel. Ich lege mir mal kurz noch die Bedingungsanleitung hier hin, damit ich da mal schnell drauf gucken kann. Okay, eigentlich muss ich drücken. Das kriegen wir noch hin. Machen wir mal. Kampagne. Machen wir mal die Kampagne. Okay. Hä? Machen wir mal so. Ich habe noch keine Ahnung. Machen wir mal zurück. Halt, da war noch etwas Wässers. Machen wir lieber noch einen zurück. Machen wir mal hier das, hier das. 1-1-Spieler-Modus. Das ist die Story, oder? Ach ne, muss ich erst die Kampagne zurücknehmen. Ja, okay. Sorry, dass ich gerade ein bisschen durchlaube. Ich habe keine Ahnung, was am Spielen. Okay, dann machen wir mal hier. Spiele auf normal, weil ich schon zum Abgang. Okay. Okay, ähm. Enter. Hä? Achso, erfahren. So, ja. Das Ding mag man nicht, aber danke für die Hinweise. Ähm. Na, ich bin gespannt anlegen. Okay. Ich nehme auf. Ich muss erst mal erst auf Uhr gucken, damit die Videos nicht zu lang werden. Weil ich immer um nichts langzeug. 16.32. Ähm. Ist Land. Auf dieser kleinen Knurps-Insel waren wir starten. Und die Knurps. Das gibt es schon bei China. China. 1611. Die Freiheitskämpfer von China. Die... Aha. ... ... ... ... ... ... ... ... Ich verspring das jetzt mal und fang gleich mal an. Zeit als Scharfschütze. Null Stunden. Klar. Flugabwehr-Treffer. Null. Bestimmt schon viel. Kills als Hubschrauberpilot. Null. Ach, ich hab noch gar nicht gespielt. Haha. Laden. L- Okay, wir kommen zurück zu, ähm. Okay Marines. Das Zielobjekt ist eine Radaranlage der VBA. Wir müssen sie ausschalten bevor die Flotte auf ihrem Schirm erscheint. Seid konzentriert. Achtet auf euren Abstand. Und behaltet euren Bereich im Auge. Machen wir uns auf den Weg. Wir müssen sie gleich zu 10 in den Fahrzeug verkaufen. Springen. Wann kann der nicht schweigen? Ich weiß. Wir haben dann hier Pausmenü. Feuer. Gefilskreis. Nachladen. Waffen. Und zum Weg sind hinter. Huah. Hier steht Panzer. Der leidet schon zum Bastisch. Aber der in Sizilien findet sich um 140 Meter. Dann werden wir erstmal hinrennen. Ich muss kurz testen. Ich muss kurz testen. Ich muss kurz testen und gucken wo ich hinleg. Warte mal kurz, warte kurz. Hinlegen. Y. Ja ok, danke. Möchte aufstehen. Leer Taste. Und hinsitzen. Warte kurz hin. Hinlegen. Hinsitzen gibt's gar nicht. Guck, dann rennen wir mal da. Wo wer wünscht werden? Als Special Marines. Sieht ja clean aus. Bewegen. Ich soll den Befehl... Aha. Bewegen. Saber 2, hier ist Saber. In Verteidigungsstellung bleiben, bis Saber 1 und 3 abgesetzt wurden. Verstanden? Over. Saber, hier ist Saber 2. Verstanden. Wir erhalten den Landepunkt, bis wir den Befehl zum Vorrücken erhalten. Over. Gewehrschütze. 200 Meter. Südwestlich. Loot down. Oh, dann haben wir halt unterdrücken. Lade nach! Unterdrückungsfeuer! Positiv! Lade nach! Steht bitte! Saber 2, hier ist Saber. Saber 1 und 3 sind gelandet. Rücken Sie auf das erste Zielobjekt vor. Saber out! Was soll das Spiel nachgewehrt? Hallo? Mach ich jetzt nichts? Ah, jetzt. Ich lag heute wieder auf dem Kerb. Ist auch gar nichts. Operation. Wir folgen. Positiv! Mir folgen. Positiv! Hier ist noch nichts. Unlos. Kann man das fast so schießen? Bestimmt. Da ist gar nichts hier. Lappen. Nachladen. Ey, die Grafik ist aber geil. Werden mich als Stivili? 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 Ähm, Leute? Also da. Die hört sich mal an wie eine Schrift. Ähm. Ah, es gibt Munitions-Tippen. Da bringen die was. Ähm. Aber wir haben bestimmt welche Munition verloren. Toter Soldat. Einer von denen. Inventar. Wir kommen aufs Inventar. Wartet kurz, ich muss lesen. Ähm. Ähm. Hallo? Inventar, bitte. Hallo? Wartet mal kurz. Hä? Da steht. Inventar. Da steht nirgendswo. Äh, ich drück. Ähm. Leute, wenn mir jemand sagen kann, mich aus dem Inventar zugreifen kann, dann bitte in die Videokommentare schreiben. Aber. Hör sich hin, darüber zu dem. Mit dem Radar. Saber, hier ist Saber 2. Wir haben die Radarstation gesichtet. Out. Saber 2. Hier ist Saber. Verstanden. Wir folgen. Positiv. Wir fahren mal hin. Wir fahren mal hin. Wir laufen mal hin. Okay, okay, okay. Wir nähern uns. Das ist langsam. Wir fahren mal hin. Wir fahren mal hin. Okay, sieht ja clean aus. Aha. Ich kann hier jetzt ein Ding ausnehmen. Jetzt nehme ich mal dieses schönes C4. Wer fährt da diese C4 hin? .... Geln. Hier haben wir hier. Okay, hab zwar nicht nebengewirfen. Ziel, Panzerabwehrschützer. Wurde eliminiert. Oh. Saber, hier ist Saber 2. Ist sie nicht. Die Flotte ist jetzt in Reichweite. Ihre Hauptgeschütze stehen zu ihrer Unterstützung bereit. Over. Saber, hier ist Saber 2. Verstanden. Anforderung folgt. Out. Verschießen, ja. Also war nix. Oder das sieht man. Alter. Und reinkrotzt. Unter Deckung. Alter, was war das? Wehrschütze, 300 Meter südöstlich. Steh auf. Mach mal hoch mit dir. Ne, wir kriegen mal ein Stückchen. Jetzt haben wir mal, ähm, Befehle. Feuer. Unterdrückungsfeuer. 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 Positiv. Was denn? Hier ist niemand. Unterdrückungsfeuer. Positiv. Kannst du nicht irgendwo bewegen? Nein. Vorrücken. Mir folgen. Positiv. Unterdrückungsfeuer. Positiv. Ähm, Spiele. Mir folgen. Positiv. Ich fühle mich, als würde ich gleich irgendwo angegriffen werden. Ich krieg bestimmt gleich so ein Headshot ab. Was hoch? Boah, die scheiß Karre da war. Hab ihn. Toter Soldat. Einer von denen. Lade nach. Das lohnt auch nichts. Unser Abwehrschütze. 200 Meter. Südöstlich.